Die Idee auf Sweden hat mir Sachen zugeschickt. Ihr seid's amazing. I love you. Okay, wenn wir das so abrotten, ist es in so einem fancy Bag drin. Look at her. Wait, wait, wait. Und das ist, by the way, kein echtes Leder. Also, it's vegan. Ich hab mich noch nie so stylisch gefühlt. Wow. Oh mein Gott, ist sie cute. Look at that. Oh wow. Okay. I look like a goddamn queen. Die da und... Milchosa. Ideal of Sweden hat gerade einen Flash Sale. Das heißt, es gibt bis zu minus 70% auf ausgewählte Produkte. Mit meinem Code LisaOE15 kriegt ihr nochmal obendrauf 15%. Oh. Oh.